Die Nummer 1, das heißt, sie fährt jetzt in einer Identifizierung. Sie fährt jetzt in einer Sicherungs-Effektion und dann wird es in den ganzen Vorgang überwachen und Wetter. Die Nummer 1 ist auf einer Herkulästerei, so wird es dann komplett abgenommen und dann erfolgt der Fallgehaftung, was er so mit dem Flugzeug zu tun ist. Wenige Sekunden nach dem Start, jetzt sei es oft. Als erstes anchecken, direkt an der Herkulästerei. Während die Nummer 2 jetzt einmal das Ganze mit aufsichtigt. Die Nummer 1 lässt die Registrierung ab, das Kennzeichen der Maschine, gibt diese über Funk weiter an der Diensthabenssystem und dann wird weiterbeurteilt, was die folgenden Maßnahmen sind. In unserem Fall wird es also der Auftrag sein, eine Lande-Zwang hier in Segenberg durchzuführen. Voll auf. Sie werden jetzt aus Richtung Ostendsegen einen Überflug machen. Normalerweise natürlich in größeren Höhen, hier oben da, diese Abfahrt-Demonstration. Normalerweise nicht sichtbar ist, ob die größeren Höhen abspielt. Auch schon durchgeführt, zu Flugzwecken, mit Maschinen der Ostfernierleins. Und da sehen wir, da heißt es für den Eurofighter, wirklich den nur annehmen. Und ab zu fliegen, mit der Herkuläst. Und wie dreinst du jetzt den Piloten Herkuläst mit auseinanders aus? Bederseits will über Sicht, Kontakt über Sicht sein, internationale Zeit, sind hier zu festgelegten Kontakt aufgenommen und Bederseits will über den Weg bestätigen, es gibt auch in internationalen Frequenz.